Management Forum Wachstum 2020. Welche Rolle spielt Europa in der Weltwirtschaft? Wie wird es sich in den nächsten Jahren entwickeln? Die iTelligence AG liefert die Antworten auf dem Management Forum Wachstum 2020 im Conference Center in Bielefeld. Neben dem Gründer der international renommierten Strategieberatung Professor Roland Berger zeigen Unternehmensvertreter unterschiedlicher Branchen ihren Ansatz für erfolgreiches Wachstum. Wir müssen mal wieder wegkommen von der Überregulierung. Wir müssen uns wieder mal besinnen, was es stark gemacht hat. Wir brauchen eine freie soziale Marktwirtschaft und die Betonung liegt auf Markt und möglichst wenig Einschränkungen für Unternehmer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Unternehmer selber müssen einfach Unternehmer sein. Sie müssen sich was trauen, sie müssen Risiko eingehen, sie müssen gute neue Ideen haben, die große Trends aufnehmen, die auf dieser Welt eine Rolle spielen. Die Voraussetzung ist, dass wir besser sind als die Chinesen, dass wir vor allem technologisch innovativer sind, dass wir die Techniken von morgen erfinden, dass wir die Trends von morgen verstehen und dafür technologische Antworten finden, die unsere hohen Löhne, hohen Arbeitskosten rechtfertigen. Also man muss schon sehen, dass man nicht in zu große Abhängigkeiten von Fremdfinanzierern kommt, sondern dass man sein sauberes Eigenkapital erhält. Das heißt, man muss auch ordentlich Geld verdienen. Auch das gehört zum Unternehmen dazu. Die Produktqualität, die Servicequalität eines Unternehmens wird durch IT bestimmt. Und die Art, wie ich IT nutze, kann zu einem echten Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen werden. Für mich ist Bielefeld klassischer deutscher Mittelstand, klassische deutsche Familienunternehmen. Solide, verlässlich, innovativ, fortschrittlich, ohne große Show.